Ich hole mir die Fregatte. Fregatte! Es ist vorbei, die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist die Anführer weg, geben sie einfach auf? Ich könnte ihnen gesagt haben, dass all unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Zay, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Ja, aber die wissen das nicht. Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Das ist nicht alles. Sie haben alles gestanden. Clamp hat Dell abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie. Das ist nicht alles. Warum sollte Zay auf der Corbis bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Gleb gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Zay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ihr nicht ins Gesicht schauen müssen. Ja. Das verstehe ich. Und hier sind wir auf unserem imperialen Planeten. AT-AT. Ja. Dass der Imperator überhaupt so was befehl lassen hat. Was ist das für ein Licht? Die erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben sie getan? Los jetzt. Wenn wir Gleb finden, wissen wir auch was mit Derl ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Moment, war das jetzt gerade der... War das jetzt gerade echt aus dem Film? Der Angriff? Der, ähm... Des... Starkiller? Er gehört hier leben noch Leute. Ich dachte, Gleb hätte Wardos zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Wenn wir tun. Okay, ich komme. Schrieff. Schrieff. Bereit? Ja, Moment. Gehen wir zum Archiv? Let's go. Das ist Gleb. Das war Gleb. Hask. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung. Kindesentführung. Rettung. Daraus eine Armee zu schmieden, wie sie die Galaxis nie gesehen hat. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosniensystems sind nur noch Arschlöme. Am Himmel, die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur unwichtig. Und wir haben Vorbereitung getroffen für diesen Tag. Siehst du, Aiden, ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich heute, ausgerechnet heute, endlich hier bei dir bin. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Truppen meiner Familie. Und ich habe lange darauf gewartet, mich zu revanchieren. Zuerst Del, ja, es stimmt. Und jetzt? Deine Tochter. Mein Herz. Was? Nein. Nein! Ihr Schweine. Findet raus, was sie über den Widerstand wissen und bremt die Stadt nieder. Ich musste in deiner Galaxis leben, Aiden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst. Jetzt gibt's aufs Maul nichts, jetzt gibt's aufs Maul. Sie verteidigen Vardos und sich selbst. Das heißt nicht, dass die Jinata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Dann sollten wir das ausnutzen. Vorwärts. Suche nach Gegnern. So, Ladies, kommt her. Oh, will noch jemand. Ich mach' euch an. Oh, Baum daneben. So. Boah, ich will euch gerade wegrasieren. So was von. Ulla, angefangen mit dir. Er, komm mal her. Schocken wir sie. Schocken wir sie. Nein, ich mach' es hier alle platt. Nein, ich mach' es hier alle platt. Wooo. 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 Wer will noch, wer hat noch nicht. Toll, mein Flieger ist kaputt. Wie kommen wir jetzt zum... Ehrlich. Mann, Mann, Mann. Okay, Ladies. Jungs, was wollt ihr von mir? No. Ah, nein. Ladies? Okay, alle weg. Go, 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 go. Oh, go, go, go. Okay, ich komme. Da kommt wieder ein Kampf auf uns zu. Ein was? Zum Relais durchbrechen. Wow, voll der Kampf. Wow, 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 wow. Komm mal her. Wo auch? Da macht der da. Ganz easy. Oh, so kann ich noch. Oh, ach so, das war ja. Oh, miss. Oh, miss. Konzentration. Okay, ich sollte mir so ein Geschütz aufnehmen. So, was haben wir denn hier? So, einmal das. Ja, ich habe ein paar Kamel. Äh. Ja, das wäre eigentlich gut. Na ja, wir beiden das. Okay. Resistance. Rebellion. You will burn these ideas away. Hope cannot save them. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020